Hey Leute, willkommen endlich nach fast 3 Monaten zum zweiten Part von 7 Idioten Spielen Walhalla. Wer es nicht weiß, das ist das aufwändigste Projekt, was ich schneide. Ich habe wochenlang jetzt gebraucht. Ich habe mir aber auch ein bisschen Zeit gelassen, da die Bewertungen ja anscheinend nicht so krass waren beim ersten Teil, obwohl ich mir da sauviel Mühe gemacht habe. Deswegen, wenn ihr wollt, dass der dritte Teil schneller kommt, dann lasst auf jeden Fall unbedingt ein Like da, teilt das Video, lasst ein Abo da, ihr wisst Bescheid. Und ich wünsche euch viel Spaß und schaut das Video bis zum Ende, weil es ist einfach geil. Ah, wer bin ich? Ah, hier, der bin ich. Oder nee, warte mal, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Bin ich der da? Ich bin Iron Man. Ach, der bin ich hier. Touchpad gedrückt halten. Ach so, dann bin ich. Hä? Ich sehe mich nicht. Archpad gedrückt halten! Ja, ich habe meinen Namen nicht gefunden, deswegen. Touchpad! Digga, was ist der denn, Alter? Wer ist das? Ja, ich bin's. Ich bin's! Victor! Nee! 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 Das ist eigentlich schon blau. Nee, das ist eh bald. Hier! Ich bin für die Bomben. Alla! Das ist ein Kombo. Boah, dieser Bombe. Ich kenne die Bombe, die Bomben sind geil. Ich hab nur gemobbt hier, das ist für mich okay. Wer ist das? Mann, Lukey. Ich meine, Lukey hat so viel Glück. Wer ist das da oben? Nico ist das. Oh nein. Nein. Ich verpele. Pass auf. Welcher Hacker? Oh ne. Ich will das, ich will das, ich will das, ich will das. Wer bin ich, wer bin ich? Oh nein, ich krieg unter. Hi. Aua, über die Waffe. Alter, was hat das denn für eine Bekanntstelle? Alter, der ist ja so weggekickt. Bleh. Oh, Nico hat sogar ein Echtglück. Hä? Was mach ich? Ich wusste gar nicht, dass es geht. Oh. 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 Tschau, Dailin. Komm wieder hoch, du. Nein, warte mal. Ja. Ja. Das war der Blut von mir gerissen. Was ist echt, das ist echt Jane für den Baster. Ist der der Blaue? Ja. Hello there. Könnt ihr mal bitte alle Tränen ganz kurz wegwixen? Hey, was ist denn? Hey, was ist denn? Hey, was ist denn? Jayden, ich kick dich gleich einfach raus, gell? Sei leise. Hey, Marco. Hey, Marco. Marco. Marco, mich neun! Was, Niko? Wow, Nico, Alter. Alter, ich mag die. Teros, Schweine! Ey, Nico. Ich mag die voll, gell? Die ist voll hot, Alter. Ja. Ich hoffe, die geht mit mir auf den Ball. Ui. Ui. Aua! Aua! Ich hab gehofft. Ich nicht. Das ist Luis. Das ist doch save Luis, oder? Ja. Ja. Hallo. Wieso kann ich nicht abwehren, Digga? Oh, ja. Spielen. Ach. Man muss mal keiner abwehren. Nein. Fahrt los. Nein, wie ist das? Das war einfach der Kame. Oh, nein. Ich bin Nico. Boah. Dumme. Scheiße. Oh, yeah, boy. Ich bin Queeniei. Och, nö. Guck mal, was er macht. Erst F und nur da unten. Oh. Guck mal, was er denn tut? F. Sie haben keine Waffe. Niko, natürlich Thor. Niko, sein Terror ist einfach so eine Legende. Niko, ich hasse. Och, Niko, nein. Nein. Niko, alter. Ey, waaals! Was? Das war gerade. Nur ein Sith kennt nichts als Extreme. Ich werde tun, was ich tun muss. Zum Eben. Tschüss. Oh, ich weiß. Du wärst fast so deine eigene Bombe. Hab ich gesehen. Bin ich schon gesporned. Oh, Alter. Tschüss, mein Gott. Nein! Nein! Weg da! Scheiße, wer ist das jetzt, Marco? Ja, passiert, würde ich sagen, oder Marco? Seelen! Wer ist das? Hat das Lukas? Boah! Wir hatten gerade am Seelen teilgeschossen. Seelen! 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 Digga! Seelen! Nein, Luis! Seelen! 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 Oh, ich konnte es auch Seelen machen. Jörg, jetzt hab einfach drei Seelen machen. Seelen! Eben, halt! Du kannst nichts! Nein! Wir spenden nur diese verfickten Rex-Attacke! So ein Loom, der Typ! Jörg, lehre! Seelenn! Jörg, scheiß Wald ist so ein Spaß! Bombe! Guck mal! Was ist er macht! Gar nichts! Ja! Er macht eine Attacke! AHAHAHAHAHA Ich hab mich selber gebombt und prankt, tschüss, oh schade, egal wenn der diese zwei Dinge bekommt, ist vorbei, nein, tschüss, tschüss, oh ja, erst den anderen weg davon, den Schreib der Schatten, zade, nein, oh mein Gott, jäger Ewald, nein, nein, nicht schaffen, Mann, that's a lot of damage, oh oh, oh mein Gott, süß, ja, süß, ja, los, wir sind das gleich, geh weg, der blaue muss weg, Rauchen wir eh mal draus alter. Der is nur verdomme normal. Also so ein Slayer ist... такой Slayer ist weiteres. Das ist ein glück. when Marco mich so einfach so abgelegt hat. AHHHH! Bombe, AHHHH! BOMBE! Tu weiihn! und das hat es eine faust ich wollte mich jetzt noch alter bitte ich fokuss jetzt vollkommen e-mail ich bin ich eigentlich auch die bombe war krass e-mail alle auf e-walt lecker einer hat doch drei leben ja das ist scheißwald ja deswegen sagt ja ich kann sein auf e-walt oa jaja die weisiger jagen wenn du noch einmal so rumschreit ok ja nein nein der ist viel besser ich stell mir die zeit her gleich wo bin ich ich bin nicht mehr dabei ich war noch im leben jetzt bin ich nicht mehr dabei ich bin noch am leben ja ja e-mail du bist so der größte spaß von allen die runde ist so traurig deine bombe scheiße mhm bist du ja ne ich bin nicht mehr im leben ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr das jay noch dabei ist Seelen, beiden Seelen